Auch wenn es keiner leben will, ist es schon toll, Menschen das Leben zu retten. Den bringen wir schwimmen bei. Also vom Seepferdchen aus bis zum Rettungsschwimmer und darüber hinaus, je nachdem, wenn sie weiterhin in der DLRG bleiben möchten. Und deswegen, wir brauchen ständig Nachwuchs. Jawoll! Jawoll! Kick up! Jawoll! 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 out aus Untertitelung des ZDF, 2020